Moin moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Dante's Inferno. Ich bin mittlerweile hier. Abstieg zum Zorn. Ich bin im Zorn drin und deswegen speicher hier noch hier nochmal, damit es hier gleich zornig weitergeht mit Dante's Inferno. Und wenn ihr den Zorn ein bisschen schlinden wollt, könnt ihr gerne Daumen nach oben geben. Boah, was ein scheiß Satz. Aber ja, so kann man Zorn und Daumen nach oben noch einbauen ins Video. Ey, da ist eine Seele. Dankeschön für eure Unterstützung für dieses Let's Play. Der unbefleckte Vater spricht euch von allen Schinden frei. Wir sind hier, um diese Heiden zu töten. Wir sind hier, um das heilige Land zu befreien. Seit wann hat ein Heide den Wert eines Christenmenschen? Genug. Irgendwie hat der Dante echt fast so jede Sünde irgendwie in sich vereint, oder? Wirklich, jeden Scheiß hat er gemacht jetzt. Und jetzt hat er sogar auch hier den Zorn für sich sprechen lassen. Wuh, 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 wuh. Meine Kinder sind gerecht. Ist das kein... Oh! Lass mich bei meinen Kindern ruhen. Hikabe? Königin Trojas, die den Untergang ihrer Stadt erleben musste. Seitdem wird ihre gequillte Seele... Wolltest du für deine Familie nicht dasselbe tun? ...in den dunklen Tiefen der Hölle von dem Verdammten gepeinigt. Na komm, aber Troja wurde echt hart angegriffen. Lass mich bei meinen Kindern ruhen. Ich lass dich bei deinen Kindern ruhen. Ich werde sie erlösen. Sie wollte einfach nur ihre Familie beschützen und ihre Stadt. Aber, ja, Troja wurde leider niedergebrannt von den Griechen. Wir kennen ja alle den Film. Troja mit Brad Pitt. Wow, jetzt kommen hier ihr verbrannte Gammeldinger. Die sollte man nicht benutzen. Seht ihr das? Das ist neu. Aua. Falsche, da ist er. Wie viel Seelen? 840. Der Tempel des Himmels. Wunderbar. Grüßt schön. Dein Leiden ist vorbei. Königin Trojas. So. Der ganze Troja-Scheißkrieg ist doch sowieso alles nur Paares schuld, weißt du? Wegen einen so einen Spinner ist dann da so ein Krieg ausgebrochen. Was bringt das jetzt? Oh, oh. Das Feuer darf hier nicht hoben sein. Okay. Das Feuer steigt. Ich darf das, ah, das Feuer darf auf jeden Fall hier die Platte nicht, äh, vollkommen anbrennen. Ich muss aber sofort weiterfahren. Jetzt kommen auch noch solche Bomben hier. Ich hab keine Zeit. Bleib doch mal stehen. Oh, das Feuer ist da. Oh, ich glaub, das wird... Ah, okay, es ist, äh, es wird knapp. Es wird knapp. Ja, und tot. Alter, es tötet dich sofort. Nicht, dass sich das erstmal so anbrennt oder so. Nein, das bringt dich sofort weg. Nochmal das hier. Och, äh, muss man jetzt die ganze Zeit das, 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 das Ding hier nochmal machen. Huh. Schade. Einfach jetzt nicht nochmal sterben. Ja, kommt nur aus einer Richtung. Das wär, das wär super. Oh, das war doch besser als eben, oder? 1140, da siehste. Der Tempel des Himmels. Wunderbar. Naja, man, locker hier tausend Seelen rausgefischt. Drei, zwei, eins, los. Vielleicht mal mehr Zeit rausholen hier. Ja. Weiter. Bin ich auf jeden Fall länger, äh, schneller unterwegs hier gerade. Ach so. Ah. Haut ab, ja. Einfach rüberschießen zu den anderen Bomben. Alter, ihr schmeißt mich aber auch hin und her, ey. Ist doch, ist doch da. Dankeschön. Ähm. Jetzt wär's aber kompliziert hier. Hau ab, ihr. Fahr weiter. Wieso denn noch weiter, ey? Wo denn noch hin? Fahr das Ding. Ah. Komm schon, Dante. Einmal noch rüberfahren, bitte. Bombe, Bombe. Hab's. Okay, den Hebel erreichen. Aua. Was ist das hier? Eine Kletterwand. Jawohl. Huh. Haarscharf, da ging schon das Feuer wieder los unten. Nochmal hätte ich da keine Lust drauf. Gerade. Hehehe. Schöne, de, äh, Optik. Schöne Statuen. Die haben zu scharf gegessen, weißt du? Döner mit alles und scharf. Unten hab ich schon wieder so Floßdinger gesehen. Die da über den See schüppern. Gar nicht gut. Da muss ich klettern. Ey, Vergil! Alle, altes Haus. Ja. Weitere Münze und noch ein Relikt. Leitende Flamme. Die leitende Flamme. Dante ist gegen Konterattacken wie den Fernangriffen des Nimmersatz immun. Ja, schön. Es naht die Stadt Diss nun, mein tapferer Held. Mit all den Verdammten aus deiner Welt. Dieser niederen Hölle, ewige Flammen. Ihre Moscheen in glutrotem Lichte bannen. Die Stadt Diss. Da wird man gedisst in der Stadt. Ist je schon eine Seele von den oberen Kreisen in diese Tiefen hinabgestiegen? Nicht oft. Nur einmal hat Erichto mich dorthin befohlen. Als mein Fleisch ich verloren, aus Judas Kreis eine Seel ich sollt holen. Judas Kreis? Das ist doch Verrat, oder? Welcher Kreis ist das? Aus der tiefsten, dunkelsten und gottlosesten Hölle. Den Weg kenne ich gut bis zu jener Stelle. Das müsste doch Verrat sein dann. Mit Judas. Er ist doch der Verräter schlechthin. Der Verräter aller Verräter. Habe ich jetzt den Zorn, aber glaube ich, schon hinter mir gebracht hier. Sie schmiedeten alle Ränke gegen mich. Filippo Argenti. Politiker. Mein Leben stand im Zeichen des Zorns. Politiker, der gegen Dantes Rückkehr nach Florenz war. Die Familien beider Männer waren verfeindet. Sie schmiedeten alle Ränke gegen mich. Und Argenti hatte Dantes Familien nach dessen Verbannung bestohlen. Mein Leben stand im Zeichen des Zorns. Nun ändert es in Schande. Politiker. Politiker sollte man sowieso immer bestrafen. Nein! Renne in der ewigen Hölle. So. Und hier noch eine weitere Speicherposition. Abstieg zum Zorn. Das war doch schon fertig. Ich bin jetzt eigentlich woanders. Oder? Oh oh. Das sieht ekelhaft aus. Die Brühe hier. Aber die Figuren und sowas, ne? Der Stücks. Es ist der Stücks. Der Sticks. Stücks. Da kommen Kledermäuse angeflühen. Lattert. Und ganz schön viele. Ich kann das Ding nicht steuern. Das Pferd hin, wo es will. Okay, okay, okay. Noch mehr. Lass, lass. Ich verliere ganz schön viele Lebenspunkte gerade wieder. Oder hat er noch nicht mal welche? Ist es noch weit? Ich mag hier nicht rumschippern. Okay. Ich bin gleich drüben. Da ist das Ufer. Habe ich auch ohne Fährmann geschafft. Wow. Ich glaube, das ist doch der Fährmann gewesen. Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt. Kommt da gerade einer raus aus dem Bad. Wer rechnet denn damit? Und mein Leben ist wieder voll. Holy moly. Okay. Moin, Großer. Alles klar. Das ist ein Titan, Alter. Das ist ein Titan. Okay. Schmeiß mal die Bomben gegen ihn Nicht, nicht, schon wieder so einer, der hier rumtanzt Danke Jawohl, hab ihn Er lebt noch Das Tor ist offen, ich kann weitergehen Alter, der Große macht mir aber echt ein bisschen Sorgen hier Ich bin in der Stadt, das Bertritje und Lucifer Ihr habt eine Abmachung Ihr Venusfallen-Outfit ist auch geil, ne? Fliegenfalle, Venusfliegenfalle Okay, jetzt bin ich in der Stadt In der Stadt Super Lebenspunkte, die ich grad nicht brauche Mana hab ich noch voll, oder? Ja Eine weitere geschlossene Tür Eine Brücke Toll Die nicht lange anhält Von mehr Babys, nicht mehr Oh, nö Aua Der hat gesessen Das Gute ist, er schlägt eigentlich immer auf die gleiche Seite Wenn man da die Gegner Die Gegner hinlockt Dann werden die ganz gut weggeballert Und wenn man selber so blöd ist und sich da hinstellt Dann wird man auch weggeballert Zwei Die Wollen wir es reichen? Wollen wir es reichen? Jawoll Komm, hau weg hier What the fuck Oh, weggeplatzt Weggeplatzt, oh, der gibt 300, ey Nicht schlecht Das, 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 das Komm schon, du blöde Kuh Oh, jetzt wird die noch Alter, was hier alles angeschissen kommt Ab ihn Der ist aber weggeflogen, ey Nicht schlecht Ah, 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 ah Hat er sie erwischt? Nein Die Faust kommt Oh, oh, okay Bin nun mal weggekommen Oh, das war's, das war's Oh, wie laut Noch mehr Mana Ist ja geil Okay Rücke wieder aktivieren Ich muss da jetzt schnell rüber Lange hält sie ja nicht Lebenspunkte Kann man hier weiterlaufen? Nö Brauche ich leben? Noch, noch nicht Weg mit Ja, ihr blöden Flieger Okay, wo sind, wo sind noch mehr? Bleib Liegen Ja Alter, wo kommt ihr denn Dankeschön Ah Der Typ zerbombt hier ganz gut Die Umgebung, ey Wow, wow, wow Aber ich war in der Luft Mich hat er nicht erwischt Sehr geil Wuhu Einer weg Nein Den wollte ich vernichten Voll der Arsch Und, weg da Haha Mich hast du nicht gekriegt So, mein Freund Lass mich weiter Oh, nicht die schon wieder Ich denke, die sind langsam nicht mehr fertig hier Nein, andere Richtung Hau ab So So Die blöden Weiber hier wieder wegmachen Und dann kommt noch wieder neue Neues Kleinkram Rüstung an So Oh, nimmer satte auch noch wieder Alter Schwede, ey Ah, das ist der falsche Knopf Falsche Knopf Danke Jetzt hab ich keinen Mana mehr Und es kommt immer noch so viele Noch nimmer satt Boah Das Feuer hat mich ja mal Es ist hart erwischt Das erste Mal so richtig Hab ich mal gesehen, wie viel Schaden das eigentlich macht Huiuiui Da möchte man nicht drinstehen In den Flammen So, dass ich hier noch Lebenspunkte hab Bleib legen, du Bacon-Stresser-Ei Hat mich schon wieder angebrannt So Das muss doch jetzt Das muss es doch jetzt sein Da kommt immer noch was von oben Ne, ne, ne Oh Wow Was wollt ihr denn jetzt? Steh auf Kannst du jetzt nicht mal da hinschlagen? Die stehen grad voll gut Alter, ich kann nicht weg von denen War grad zwischen denen eingeklemmt Ich konnte nicht wegrollen Ah, Lebenspunkte hab ich mit Wiesen gekriegt Wow Was macht man denn sowas? Mann Bleib doch jetzt Jawohl, da ist ein Hebel Der erlösende Hebel Okay Und jetzt? Wow Geile Sequenz Beatrice Als du dich mit diesem Mädchen einließt Hast du mich an Lucifer verkauft Sie hat ihre Seele verwettet Dass du ihr treu sein würdest Ihr Glaube in dich war wirklich rührend Also dachte ich mir Das ist genau mein Mädchen Ich verdanke das alles dir, mein Freund Und nun Lass meine Macht durch deine Seele strömen Gib dich unserem Bund hin Und wir werden das Paradies zurückerobern Du blöde Kuh Warum? Warum? Beatrice Warum verrätst du uns? Die Gläubige hat ihren Glauben verloren Das Unverderbliche ist verdorben Die reine Unschuld hat sich der Sünde ergeben Wie alle anderen vor ihr Wer will mir jetzt noch mein Recht verweigern? Na die beiden haben Spaß Sollt ihr glücklich werden Bis ans Ende aller Tage Joa Kein weiterer Speicherpunkt bisher Das kann ja noch dauern Sieht aber nett aus hier die Stadt Die Stadt Dys Aber jetzt hat er unsere arme Beatrice Einfach so verdorben Der blöde Sack Was ne Kamerafahrt Wie wir hier mit dem Koloss Gezogen also zur Stadt Gestärkt durch seine heiligen Worte Und kamen an diese Festung Und plötzlich sah ich auf allen Seiten Nur Leid und Schmerz Unter den Gräbern sah ich Flammen lodern Deren Glut heißer war als jedes Handwerkseisen Und aus den Gräbern drang ein Weglagen Das nur den auf ewig Verdammten aus der Kehle strömt Geile Kamerafahrt hier zu der Mauer Flammendes Inferno In der Stadt Dys So für Lygias Der Fährmann Drücke X um den Fäuste zu schwingen Und Y um zu stampfen Aber bevor wir hier stampfen Leute Würde ich sagen Nehmen wir mal Die Stadt in der nächsten Folge in Angriff Drücke und halte B fest Um Feuer zu speien Halte B fest Und bewege LS um zu zielen Feuer speien kann er auch Weil in der Stadt muss ich mit diesem Koloss hier aufräumen Weil hier ist kein weiterer Speicherpunkt Was auch ziemlich ärgerlich ist Aber ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und dann schaltet auch in der nächsten Folge ein Wenn wir hier mit diesem Titan ähnlichen Fährmann Die Stadt stürmen Danke und bis zur nächsten Folge von Dante's Inferno Macht's gut Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020